hallo liebe klemmbaustein freunde ich bin axel von steinreich tv und wie ihr seht habe ich wieder einen ganzen haufen steine vor mir liegen eine grundplatte das heißt es ist wieder zeit was neues anzufangen was zu bauen und wenn ihr mich jetzt kennt dann wisst ihr hey grundplatte das wird doch sicher ein modular nicht ganz tatsächlich ist das set dg 2001 von dingau das ist eine kirche ein zwar die union church die union church die hat rund 2350 teile und es ist eine kirche die sehr bunt ist hier auf den bildern aber tatsächlich ein reales vorbild hat das ist in shanghai das ist eine 1886 erbaute protestantische kirche die irgendwann im laufe ihres bestehens dann umgebaut worden ist zu einem bürogebäude das wurde als bürogebäude genutzt und dann jetzt vor 15 jahren meine ich renoviert und wird jetzt so als ausstellungsgebäude aus ausstellungsräume und so genutzt ich habe auch gehört dass dort wohl standesamtliche hochzeiten durchgeführt werden aber halt nicht mehr wirklich als kirche in einsatz ist wie wir hier sehen können sind da figuren mit dabei also ein problem für alle die das ding in deutschland verkaufen wollen es sind acht figuren eine katze ein hund so wie das aussieht das schauen wir uns an dingau ist ein hersteller den ich selber noch nicht gebaut habe aber dingau ist ein ableger von sembo oder ein sind zumindest damit verbandelt gewesen oder sind es noch da gab es in letzter zeit ein bisschen hin und her so viel ich weiß haben die am anfang da drunter lego kopien veröffentlicht unter diesem logo das ist aber jetzt glaube ich auch schon wieder geschichte und jetzt haben die eigene setzt wie eben diese kirche die aus ein eigenes modell ist eine eigene entwicklung steine verwenden sie so viel ich weiß go bricks sowie auch einige sembo sets und daher erwarte ich mir durchaus sehr gute qualität selbst wenn es keine go bricks sind die sembo eigenen steine sind auch gut und daher da werden wir sicher keine großen probleme ich fange jetzt an hier mit der tüte 1 die packe ich mal aus das ist sehr schön praktisch alles zusammen in den tüten hier untergebracht ich hoffe dass das auch passt tv sortierung schauen wir mal kurz noch in die anleitung die ist das format ist etwas kleiner als a4 für 2400 teile knapp relativ kurz gehalten das ding hat 62 seiten es ist ziemlich klein gedruckt aber die druckqualität ist gut sachen die neu gebaut werden werden wohl rot umrandet also von daher das ist auch kein problem da finden wir uns schon zurecht ja sollte uns für keine größeren probleme stellen ich würde sagen wir fangen einfach mal an der erste bauabschnitt wird uns hier die grundplatte ein bisschen fließen wie üblich und die figuren bauen haha jetzt habe ich gerade die tüten mal auseinander genommen und hier habe ich eine tüte wo genau ein rockteil drin ist na das nenne ich mal verschwendung ansonsten ja die figuren scheinen mir ziemliche lego kopien zu sein also so sicher nicht im deutschen handel erhältlich da muss man wohl abstriche machen ansonsten könnte ich mir durchaus vorstellen dass das set auch bei uns im markt irgendwann erhaltlich ist so bevor wir erstmal weitermachen schauen wir uns mal die figuren an die wir gerade gebaut haben das war der erste bauschritt schauen wir mal hier hier haben wir einen mädel gebaut die hat ein eis in der hand und ganz tolle zäpfe an der seite hier haben wir einen priester mit einer bibel in der hand übrigens drucke das unterscheidet sich so mal von den meisten anderen gopricks setzt dann haben wir hier einen sänger mit sonnenbrille ganz cool ein mikrofon hier eine rothaarige dame mit kleid und schirm und tasche hier eine dame mit base cap und und tennisschläger ein hundchen einen rocker mit gitarre einen business mann mit aktentasche und kugelschreiber in der hand oder füller und hier weiß nicht einen jungen mann und eine katze drucke sind toll die qualität insgesamt der figuren ist gut hier haben wir die rückseiten die sind auch alle bedruckt und dann nochmal die beine an hier vom priester die sind bedruckt sie hat kurze beine der rock ist bedruckt die anderen sind nicht bedruckt die haben ganz normale beine aber also die qualität der figuren ist ziemlich gut also da ist es tatsächlich ein bisschen schade wenn man die set in deutschland kauft und die figuren nicht mit kriegt aber die gibt es garantiert nicht mit weil das sind ganz klassisch lego figuren direkte kopien da braucht man keine illusionen haben dass das im deutschen markt ein deutscher händler irgendjemanden anbietet ich finde es vor allem schade also den priester finde ich ziemlich cool vor allem dass es halt doch was was es von lego meines wissens nicht gibt überhaupt kirchen und so ist ja nicht so ganz das was es bei bei lego wirklich gibt und es fehlt einfach naja gut also das sind die figuren jetzt haben wir noch ein paar ein paar fliesen auf die rundplatte und dann haben wir eigentlich schon erst den ersten bauabschnitt geschafft jetzt schauen wir gerade mal ja das sind das sind cobrick steine also da erwartet uns keine böse überraschung muss ich sagen also ich mache weiter und melde mich am ende vom bauabschnitt so jetzt bin ich eigentlich fast fertig und wollte euch eigentlich nach diesem bauabschnitt mich wieder melden aber jetzt bin ich über einen stein gestolpert den ich so noch nie gesehen habe und deswegen muss ich mich da doch gleich mal hier reinmelden und zwar das ist so ein mauerstein in dreier länge das habe ich noch nie gesehen und auf der rückseite ist es so gerillt also die kombination kenne ich so nicht und natürlich dass hier auf dieser seite das mauermuster drei lang ist für mich ein völlig neuer stein der hat auch eine andere noppe als jetzt zum beispiel hier die vier das müsste cobrick sein mit der flachen noppe ohne loch drin und hier hat es ein anguss loch genauso hier wie bei diesem eckmauer stein übrigens auch ein teil dass ich noch nicht kenne das ist ebenfalls kein typisches bauteil dass man so von lego oder von den meisten anderen herstellern kennt aber beides in diesem fall kein go bricks da muss man schauen wie die hat nicht ich nehme einfach mal an dass die genauso gut halten wie die wie die anderen aber das wollte ich euch jetzt mal zeigen weil das ist für mich neu oje ganz prima jetzt stelle ich gerade fest ganz am ende von diesem bauabschnitt dass ich mich jedoch glatt tatsächlich verbaut habe und zwar hier habe ich eine knuppenreihe zwischen den art der außenwand und den fliesen die sollte nicht da sein so nun habe ich meinen fehler korrigiert jetzt ist sind alle fliesen an der richtigen stelle die bricks sind angebracht und so weit sind wir nach bauabschnitt 1 so und dann sind wir nun auch mit bauabschnitt 2 durch hier haben wir ein bild an der wand hier haben wir eine kanzel von der man predigen kann und hier bänke für die kirche wir haben hier ein paar säulen ansätze von bunten fenstern und so weit sind wir jetzt wie gesagt go bricks alles lässt sich wunderbar klemmen diesmal habe ich hoffentlich auch keinen fehler gemacht auch wenn ich zwei einmal 2er bricks übrig habe aber ich glaube da passt alles weil laut anleitung habe ich wirklich alles verbaut da machen wir jetzt weiter mit bauabschnitt 3 da habe ich sie nun ausgepackt die tüten von bauabschnitt 3 sind 1 2 3 4 5 baustein tüten und was auch was wir gar nicht mehr bewusst war ein set mit led lichtern und einem usb stecker das habe ich sicher mal gelesen wo ich das set bestellt habe aber schon wieder vergessen dass hier auch eine beleuchtung drin ist da freue ich mich drauf ich bin gespannt wie die einbauer leitung ist für die beleuchtung das ist ja manchmal ein bisschen schwierig aber wir werden sehen ich fange jetzt an und melde mich wenn etwas spannendes gibt so jetzt haben wir gerade ein altar gebaut und ein katzen ständer hier mit fünf lichtern drauf der altar ist natürlich recht mächtig und bedeutet dass der priester hier vor seinem rednerpult eigentlich gar nicht stehen kann aber das sind details da machen wir uns keine gedanken da muss er halt daneben stehen bisschen unpraktisch aber dafür haben wir hier schöne viele details im gebäude was auch schön ist so jetzt habe ich doch noch ein problem entdeckt was die veröffentlichung in deutschland über deutsche händler sehr schwierig machen dürfte über europa das sind diese weißen figuren statuen die hier in der kirche stehen die natürlich ebenfalls unter dem lego 3d markenschutz stehen und damit nicht im set verwendet werden dürfen das problem ist die sind natürlich mitten in den bautüten des abbauaufschnitts drin und nicht wie die tüten das erste die die figurentüten einfach im ersten bauaufschnitt und zusammen die kann man einfach rausnehmen hier wird es schon deutlich schwieriger da müsste man genau gucken welche tüten man da aussortieren müsste ich glaube das lohnt sich dann nicht mehr es würde deutlich teurer werden ja und ansonsten haben wir hier ein Beichtstuhl gebaut und hier so das sieht aus wie ein ein Broschürenregal vielleicht ist es auch gedacht um hier Kerzen aufzustellen und anzuzünden also irgendeine eine Art Regal nehme ich an aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon ein paar coole Details eingebaut mir gefällt es bisher richtig richtig gut und jetzt geht es weiter mit Bauabschnitt 3 und nun sind wir fertig mit Bauabschnitt Nummer 3 wir haben jetzt hier also eine Beleuchtung eingebaut bin ich mal gespannt ob mich die Kabel stören ob ich sie irgendwann wieder rausreiße wir haben hier wie gesagt den Altar noch fertig gebaut hier diese Figuren die Probleme geben werden hier geht die Lichtleiste hier hinter den Beichtstuhl den wir gebaut haben und ein Licht geht noch irgendwo hier nach draußen aber ich finde das hier von von den Details und so wie das umgesetzt ist finde ich das super klasse also mir gefällt es bisher außerordentlich gut gerade auch die der Altar und diese Kerzen und hier ich denke mal Weihwasserbecken oder Taufbecken besser und die und die Statuen die hier drin sind der Beichtstuhl das ist alles einfach super umgesetzt finde ich dann haben wir hier verschiedene Bilder an der Wand alles drucke wunderbar also bisher ein Top Set und ich hoffe es geht einfach so weiter ich fange jetzt gleich mit Baubschnitt 4 an und melde mich dann im laufe wieder so und dann sind wir nur fertig mit Baubschnitt 4 wir haben jetzt hier in diesem Baubschnitt erstmal vor allem die Wände hoch gezogen und hier haben wir Glasfenster drin Buntglasfenster genauso haben wir hier Buntglasfenster drin hier haben wir noch eine Laterne gebaut die ist nicht beleuchtet hier haben wir diesen Rundbogen der wird wahrscheinlich wenn hier die eine Plate drüber gezimmert ist dann hoffentlich auch so zusammenstehen dass hier nicht so eine Unebenheit drin ist im Bogen allerdings wäre es jetzt auch nicht so schrecklich schlimm wenn da eine wäre und hier haben wir noch einen Vorhang vor die vor den Deichstuhl gemacht das ist natürlich auch gut brauche ja ein bisschen Privatsphäre da bei der ganzen Geschichte ja also ich bin bisher wirklich sehr sehr zufrieden mit dem Set die Steinequalität ist super viele schöne Details im Innenraum und die farbigen Fenster gefällt mir sehr gut ich bin auch gespannt wie es dann aussieht wenn die wenn die Beleuchtung angeschlossen ist und das dann auch alles leuchtet gerade hinter den bunten Fenstern ich erwarte da durchaus ein schönes Ergebnis das war es jetzt von mir in diesem Video die Bauschritte 5 bis 8 kommt dann im nächsten Video ich hoffe euch hat es gefallen bis dann euer Axel für Steinreich TV was ich noch ein bisschen auf auf Vielen Dank.